Deine Nase sieht etwas gerötet aus. Echt? Das liegt natürlich nur daran, dass sie einen Nebenjob als Rudolf hat. Oh mein Gott, ist das männlich! Oh, ich fühl mich hier... Das sind Experten. Mein ganzes Testosteron ist mir gerade aus dem Po geflossen, spontan. Matt? Seit wann gibt es denn diese Berge im Nordpol? Warum zieht er die ganze Zeit nur Striche? Der malt so einen Kreis. Der ist voll gruselig. Der ist lahm, aber der Weihnachtsbaum hat schon so. Oh Gott. Das ist schön, wie dein Gesicht immer abgeschnitten ist. Du siehst immer aus wie so ein Hund mit Kopfhörern. Man sieht nur die Haare. Jetzt ist sein Gesicht wieder hoch. Ist ja gar kein Hund. Oder? Aua. 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 Mit dem... Du bist so durch einfach. Achso, ach so, dein Kopf, Alter. Du bist so durch einfach. Das ist so wichtig, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das kennt. Das wollte ich auch schon längst aufgenommen haben. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Ähm. Du bist so durch. Du bist so... Uhu. Uhu. So. Bevor Santa gekidnappt wurde, hat er es noch geschafft, einen Brief zu schreiben. Ja, total bescheuert. Ich habe mir gerade auch gedacht, woher der das ist. Oh nein, Schwerverbrecher. Erstmal, Tinte. Ich werde gerade gekidnappt. Warte. Er nährt sich mir. Es ist geschehen. Hast du Seepferdchen? Ich habe sogar... Ja, Seepferdchen habe ich. Mit Ach und Krach habe ich das nur geschafft. Hast du auch Freischwimmer? Nein. Echt nicht? Nein. Du hast kein Freischwimmer? Ich bin extrem wasserscheu. Deswegen habe ich echt das Seepferdchen mit Ach und Krach geschafft. Du bist wasserscheu? Ja. Was hältst du denn von Hygiene? Aua, aua. Ich weiß nicht, ob ich den heutigen Abend überleben werde. Da fragt jemand, ob ich deine Tochter bin. Weil ich zu jung aussehe. Ja, macht sich jemand Freunde. So. So, meine Augen sind zu lahm für diesen Chat. Wer ist der heiße Feger neben dir? Ja, das habe ich mir extra ins Mikro gemacht. Das ist so ein kleines... Ach so, was? Ach so, was? Ach so, was? Ne, E? Pfff. Oh! Das war ich nicht. Das war ich überhaupt nicht. Warte, kann ich da vielleicht... Was ist das für ein komischer Curry? Diese Currywolke, die da rauskommt, Alter. Meine Currywolke. Ah, Rackdoll. Sorry. Au. Juhu. Alter. Und jetzt? Und jetzt? Das kenne ich sonst noch... Warte. Alter, ii. Wöntest du nachher jetzt... Iiii. Iiii. So, schnell weg. Und schon wieder hat er diese 2x2-Auflösung. Ich sehe, du machst Fortschritte. Ja, hallo? Ich zähl mal auf. Oh, ich übersteuere hier gar nicht. Ich werde den heutigen Tag nicht überleben. Du weißt schon, dass der Sie nicht als Fenster aufgeführt wird. Ja, aber ich hatte schon mal ein Spiel, das konnte ich dann als... Also da musste ich dann als Fenster... Das musste ich als Fensteraufnahmen mit da. Boah, diese Frau ist so laut. Das habe ich echt Angst gerade. Entschuldigung. Falls mich jemand hört, falls jemand diesen Stream sieht, bitte rettet mich. Ich habe Angst. Die Mütze ist ab vom Mikro. Oh, Entschuldigung. Wir küssen uns immer zur Begrüßung auf den Hintern. Das ist so eine Tradition. Oder zwischen die Backen. Entschuldigung. Aua, jetzt geht es los mit den Schlägen. Also, zurück zu Singstar. No. Machst du nix? So, Karaoke, deine Nachbarn werden dir danken. Ja, ich glaube, auf fröhliche Weihnachten. My heart will go on. Genau so singe ich dann. Herr Range, Herr Range, hier ist ihr Mietvertrag. Also, ich habe ja eine Ente gemacht. Du hast eine Ente gemacht, hast ein Ei gelegt oder was? Genau, ich habe ein Ei gelegt. So. Loading. Willkommen im Spiel Palm U Drive. Benutze die Tasten W, A, S, D, um dich zu bewegen und die Maus. Okay, also wo kann der Schlüssel... Das ist unfassbar. Wie lange hast du da gesucht? Ich habe den Maus sofort gefunden, habe ich doch gesagt. Ach so, ja, okay, habe ich mich wohl verhört. So. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Erst dann ist es das Auto. Also, wenn der wirklich vor allem Angst hat. Oh Gott. Man hat sich gerade erschrocken. Ja, verdammt. Schön, du hast es doch schon gespielt. Ja, aber es sind halt manchmal so random jumpscares. Das war nicht mal ein Jumpscare. Das war einfach eine Statue. Hey, Streichhölzer. Du hast... Ah, siehste, siehste. Alter. Boah, meine Arme. Ich bin voll erschöpft von diesem Streichhölzer. Jetzt. Was ist denn? Ist das eine Katze gegen Fenster gespuckt? Oder was? Keine Ahnung. Katze? Katze? Oh, Korpus. Herr Currywurst, denk dran, Tati, der Clown an der Rezeption. Danke, Curry. Boah, Alter. Ich hatte... Oh, Entschuldigung. Voll am Brüllen. Ja, wenn ich den sehe, muss ich brüllen. Die Leute werden müde. Wir haben ja 1.10 Uhr. Die Leute werden müde. Wir haben 1.10 Uhr. Bist du doof? Entschuldigung. Die Leute werden müde. Ist ja laut. Ich weiß gar nicht, wie man sich hier erschrecken kann. Das hat mich echt fertig gemacht. Oh, ganz schön kühl hier. Ja, von draußen zieht es gerade irgendwie minus 50 Grad. Schaust du mir gerade die Decke? Ernsthaft? Achso, ja, Entschuldigung. Wo ist das denn, Alter? Ich sitze hier direkt am Fenster. Entschuldigung. Du Eumel. Ja, aber das ist hier. Das ist kalt. Ach ja, na gut, dann... Ich kann ja ruhig frieren, wenn du dir warm bist. Ich verstehe. Was ist mit dieser Katze eigentlich? Passiert mit der noch irgendwas? Achso, mit der noch... Ah! Hör auf, Mann! Warte mal, warte mal. Kannst du mal hingehen? Im Bücherzimmer? Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Was war das? Da sprang gerade was weg. Hast du das auch gesehen? Ja! Das war ein schwarzer Schatten, der hier weggesprungen ist gerade. Okay, das ist mir aber neu. Aber da ist nicht das Bücherzimmer. Ich glaube, das ist oben. Das war das erste, was ich gerade gruselig fand. Das ist die Baumallee. Ja, da wollte ich ja direkt gucken. Hä? Warum blitzt es denn hier? Wo ist die Tür? Äh, wat? Was? So, und das habe ich alleine gespielt. Ich habe mir in die Hose gekackt. Wieso? Jetzt blinkt es hier. Wieso ist die Tür weg? Kann ich in die Baumallee? Beobachtest du mich jetzt? Bin ich ein Versuchsobjekt für dich? Ist es das? Nein. Ich muss hier irgendwas machen jetzt. Das siehst du? Das Spiel ist fies. Huch. Das ist so fies, das Spiel. Hey, ein Schlüssel. Juhu. Alle Playmassive-Mitarbeiter müssen quasi, äh, vor dem Einstellungsvertrag erstmal alle Let's Plays von uns durchgucken. Oh Gott. Alle. So, durchgehen. Und zwar pro Monat einmal, damit sich, damit das gehalten, weißt du? So, dann haben wir morgen noch nach Karlsruhe. Hab ja auch einen Auftrag von meinem Chef gekriegt, dann müssen wir noch dringend abliefern. So. Wo ist meine Mettdose? Kaffeekanne liegt unten, aber die ist schon gebraucht. Da musst du vielleicht mal kurz auswaschen. So, da zieht sich ein bisschen was durch. So, Alter, ich glaub ich, boah, ich muss mal überholen. Ich muss ja mal überholen. Ja, du, ich hab neulich ne Lieferung gehabt, die ging noch über Erkenschwick. Und dann bin ich auf der Autobahn gefahren. Und dann bin ich gefahren und dann kam ich an der Raststätte. Dann bin ich ausgestiegen an der Raststätte und dann, äh, boah, da hab ich nie gesehen. Da war so ein blondes Fahrgestell, so. Ha, 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 da hab ich mir erst mal Mettdügel gebaut. Hab ich die gepimpst, dann bin ich wieder. Aha, an der Tag. Während der Fahrt, weil ich muss ja, ich muss ja noch irgendein Schwick. Ich werd dann nach Zeit bezahlen, ne, noch Zeit. Je schneller das ankommt, denn doch schneller hab ich da zurück. Und denn doch schneller bin ich dann auch wieder bei der Familie. Die aus Onkel Klaus besteht. Der kümmert sich schon, dass ich klein bin. Hat er mich mal ganz fertig auf den Schoß genommen. Du sauer, wenn du das über Trucker behauptest, dann deabonniere ich dich. Was? Du behinderten Beine, du Wichser. Was? Oh, das will ich lesen. Oh nein. Ach scheiße, ich bin da so ein Spiel raus. Da hat jemand... Warte, warte, warte. Äh. Äh. Du sauer. Kannst du mal vorlesen? Boah, das will ich wissen. Du sauer, wenn du das über Trucker behauptest, dann deabonniere dich und komme mit meinem Lkw vor deine Tür und rammen dir das Brecheisen zwischen deine behinderten Beine. Du Wichser. Oh, zwischen meine behinderten Beine, wir machen behindertenwitze. Junge, da siehst du mal, das ist kein Klischee, du benimmst dich gerade genauso. Check das mal. Ich mach mich nicht über Trucker lustig, aber du hast gerade deine ganze Branche verraten. Wir rammen dir das Brecheisen mal lieber selber zwischen die Beine, dass da kein Nachwuchs kommt, mein Freund. Ja, Entschuldigung, Alter, wie kann man denn so gescheuert sein? Und wie kann man das denn hier ernst nehmen, das Spiel? Er ist schon gar nicht mehr da. Alter, ich komm mit meinem Truck bei dir auf Oberilgefahren. Alter, dann öffne ich dein Pupoloch und mach ne Tiefgarage draus, dann parke ich da bei meinem 12-Tonner. Und damit mach ich mein rechtes Bein. So. Äh. Das Meer ist weg. Hallo? Hallo? Das Meer ist weg? Du bist im Himmel. Ähm. Oder ob das tatsächlich von Telltale so ein neues Adventure ist. Ist die einzige, was zu lachen hat beim Streamen hier gerade. Was machst du da? Hast du meine Nacktfotos gefunden auf dem Rechner? Weihnachten ist eh vorbei. Au! Ich hab mich mit dem Bommel selber geautet. Entschuldigung. Vor das blaue Auge. Woher kennst du Sarah Zarr? Uh. Ich finde, das sieht aus wie ein Langzeitstüttel. Ach, hör auf. Äh. Der studiert immer Kontaktanzeiten. Nein. Ähm. Wir kennen uns tatsächlich seit zwölf Jahren. Ach so, du siehst das ja. Ja. Wir kennen uns. Toll. Wir kennen uns seit, ich glaub es war tatsächlich 2004. Das sind zehn Jahre. Äh. Da haben wir uns auf der Games Convention kennengelernt. Der Vorlauf von der Gamescom. Eigentlich haben wir uns da kennengelernt. Aber wir kannten uns, also haben uns über Meridian 59 das Online-Rollenspiel kennengelernt. Und damals war ich da Game Master. Oh. So, ich hätt dir fast ins Auge. Könnt ihr bitte mehr zusammen machen? Oh. Oh. Was? Wir Koop. Ach so. 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 Das ist doch eine faire Aufteilung... Meine The pesos liegen ganz klar im Essen . Was? Machen det solen rauchen verkürztem Penis oder das wäre echt hilfreich. Eyöööööööööööörer! Yööööööö... Hünde du und gäbe wie du hast. takes an dir. Oh, dann f cansawosent händerst. Und du... Ich helf! Ich hab das. Ich und ich hab das schon. Ich Acts Wurk參ang... Ich coupe... Ich kann gleich... Ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht... Ich kann... Ich kann nieap.. Das sind die Zeigefinger. Ja, guck mal, mach mal so. Achso, Zeigefinger, so? Genau, und dann hier mit dem Mittelfinger. Alter, das ist echt schwer, das zu koordinieren. Nein, 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 Daumen weg. Daumen musst du so hier. Mit dem Mittelfinger? Ja, genau, dann so. Ja! Alter, das ist vollkommen, voll kompliziert. Yeah, Handherz! Yeah, aber natürlich Hardcore-Handherz, Alter. Hardcore-Handherz. Yeah, 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 yeah! Ja, vielen Dank fürs dabei sein. Vor allen Dingen an dich, du alte Bommel. Kann ich hier, du hast dein Kopfhörer. Haare. Perücke runter. Glatze.